Auftrag zugewiesen Warteneinschränkung aufgehoben Warteneinschränkung 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 Das war's. 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 Abs, das war's. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für mich seid ihr Boten alle nicht eindeutig besser als die Terroristen Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen können Also nimm dein Cupid und verpiss dich Also schön Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen Müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen Aber in South North Cities Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde Für eine auf ihre Beschreibung passende Frau Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe Hey Sam Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer Gesicht und Stimme passen Sie lebt noch Unser Schrotthändler trauert ohne Grund Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt Warte kurz Gerade kam noch ein Auftrag von ihm Vermutlich versucht er uns zu testen Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte Gute Arbeit Neuer Auftrag verfügbar Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal